Who is Adam? Und in dem Sinne herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Welcome to the Game 2, aka der Darknet Simulator. Schön, dass ihr wieder alle am Start seid, Freunde. Und ihr seht's, ja, es fängt von vorne an, denn letzte Episode wurden wir von einem von diesen Kult-Anhängern geschnappt und die haben uns ganz schnell das Spiel beendet. Nichtsdestotrotz, ich hab euch gesagt, wir starten nochmal von vorne und probieren den ganzen Spaß nochmal zusammen aus. Und es gibt nichts besseres als so ein fresh Start. Und genau das machen wir. Wir gehen jetzt erstmal wieder runter, weil wir wissen ja, direkt am Anfang bekommen wir das Paket zugeschickt. Und ich finde, wir lernen von Mal zu Mal immer mehr und sollten eigentlich von Mal zu Mal immer besser werden. Klar, okay, das mit dem Kult, dass der uns geschnappt hat, da war er ein bisschen selber schuld, weil ich es halt austesten wollte, was passiert, wenn man zu nahe rangeht. Das wissen wir nun auch. Spielt aber keine Rolle, denn wir sind ready, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja, denn wir sind ja hier, ne, was soll ich sagen, wir sind Gewinner, ne? Hier, wir werden es gewinnen. Wir werden es gewinnen. Das wird der Run. Jo. Ah, da kommt sie. Dronee! Komm, echt? Ah. Das ist auf meinen Kopf gefallen. Wo ist das Paket überhaupt? Nein. Ah, okay, gut. Ey, ich dachte, jetzt kann ich es nicht aufheben, weil ich mich drunter gestellt habe. Okay, also, zurück nach Hause, den VPN aufsetzen und bitte an eine gute Stelle, bitte lass uns eine gute Stelle haben, wo wir den aufstellen können. Und da geht es los. Dann machen wir Cash, dann gehen wir auf Webseiten und dann gewinnen wir dieses Spiel. Wir werden alle Codes, alle Codes werden wir finden. Ich sage es euch, ich bin motiviert heute. Ich bin richtig motiviert. Das wird geil. By the way, warum hört sich das eigentlich an, als hätten wir Stöckelschuhe? Ich dachte, wir sind ein Mann. Wobei heutzutage spielt das wahrscheinlich eh keine Rolle mehr, wer Stöckelschuhe trägt. Ja, wir gehen einfach mal hoch. Ich hoffe, dass es diesmal gut wird. Ich hoffe, dass wir einen guten Run haben mit vielen Codes und mit vielen Achievements. Also, das muss heute klappen. Ich bin super motiviert. Her damit, vielen Dank. Raus da und let's go. Such mir eine grüne Stelle, komm. Gib mir eine grüne Stelle. Jawohl. Ja, dankeschön. Ey, perfekt. So kann es beginnen. Alright. Let's go. Verbinden wir uns mit dem Internet. Es wird Zeit für Anne. Nochmal neu starten. So, jetzt. Dankeschön, dass du da bist, Anne. Ich bin bereit. Danke übrigens wieder für die ganzen Tipps. Black Waves. Tango down. Okay. Wir haben ganz viele Seiten. Wir fangen mal mit der untersten an. Ja, danke auf jeden Fall für die ganzen Tipps. Wieder in den Kommentaren. Mann, ich find's so geil, dass ihr da so mitfiebert und einfach so viel reinschreibt und mir so viel helft. Vielen, vielen Dank. Das macht richtig Bock. Also, so macht das richtig Spaß. VPN Level 1 können wir kaufen und ein Vector Hack. Direkt am Anfang einfach mal rein. Vacation. Also, von dieser Dollmaker-Seite immer noch keine Spur, weil ihr habt ja gesagt, da gibt's die Dollmaker-Seite. Achtung, Heiliges. Was? Was ist denn das? Ich klicke, ich klicke, ich klicke. Geil! Das ist die netteste Seite, die wir bis jetzt hier gesehen haben. Aber es gibt keine Codes. Also, von dem her, bye bye. Schön war's. Ja, die war echt, das war eine nette Seite, aber es gab keine Codes. The Bombmaker. Eine Seite, die wir eigentlich jedes Mal öffnen und auch bei jedem Run dabei ist. Aber wo ist der Dollmaker? Ihr habt es wieder in die Kommentare geschrieben. Wo ist dieser Dollmaker? Es gibt nie eine Spur von diesem Dollmaker. Weil ich will das unbedingt rausfinden, weil du kommst dann irgendwie auf diese Seite und dann bekommst du anscheinend so ein Minigame. Dann kommt er dich zu Hause anscheinend echt besuchen. Und will dann, dass du so Aufgaben für ihn erledigst. Und das würde ich halt echt gerne ausprobieren. Aber bis jetzt leider noch keine Spur davon. Okay, und von... Und auf der Seite haben wir leider bis jetzt auch noch nie irgendwas gefunden. Vielleicht mach ich's auch falsch. I don't know. Ich bin einfach so dankbar, dass ich euch als Community hab. Es ist so geil, weil ohne euch wär ich wahrscheinlich, äh, kein Zentimeter vorangekommen. Und ihr habt so viele Tipps wieder in die Kommentare geschrieben und das ist so nice. Deswegen vielen, vielen Dank. Immerhin gehen jetzt eine Menge Seiten, was eigentlich mal ganz gut ist. Ich klicke jetzt wie so ein Irrer. Wobei, eigentlich muss ja nur dieses Klickzeichen kommen. Solange das nicht da ist, musst du, glaube ich, auch nicht klicken. Ich weiß nur, dass es beim alten, also beim letzten Teil, war's halt so, dass du auch auf Stellen klicken konntest, wo nichts da war und auch nichts dran stand. Deswegen versuch ich das immer wieder. Sollte ich mir aber vielleicht mal abgewöhnen. Ich will direkt auf Bathroom Cams gehen, weil Bathroom Cams hat damals im ersten Teil fast immer einen Code gehabt. Und ich hab gesehen, dass wir die Seite oben haben. Hier. Bathroom Cams. Lass die mal direkt öffnen. Schade. Geht leider nicht. Dann machen wir hier weiter. Hatten wir Tango Down gerade. Haben wir noch nicht geöffnet, aber wird wahrscheinlich nicht gehen. Wegen der Uhrzeit. Kann es auch sein, dass die Zeit viel langsamer verläuft in dem Teil, als im ersten Teil? Ich hab irgendwie das Gefühl, das war im ersten Teil, ging die Zeit schneller rum. Aber wir haben schon 18, also wir haben ganz gut schon mit dem Geld. Okay, auf der Seite war... Ja. Alright. Hier gibt's nichts, was man anklicken kann. Ja, ist auf jeden Fall cool, dass wir neue Seiten kennenlernen. Weil, ich finde halt, das Spiel wird einfacher, sobald du halt viele Seiten kennst, ne? Umso mehr Seiten du kennst, umso einfacher wird's, weil dann weißt du ganz genau, okay, da muss ich hier klicken oder da muss ich da klicken. Und, äh... Na gut, in dem Fall ist hier... Gibt's hier leider nichts. Schade. Ich hab jetzt gehofft, dass wir hier vielleicht irgendwas finden auf der Seite. Okay, wie sieht's aus, äh... Den Motion Sensor, das habt ihr auch gesagt, äh, soll man sich auch holen, soll sich anscheinend auch lohnen. Wir können aber nochmal ein VPN holen für 25. Also ich würde sagen, wir haben gleich 25, das holen wir dann direkt. Number Station. Ähm... Weil, ne, Motion Alert, genau das hier soll ich mir anscheinend holen. Das soll ich mir holen, habt ihr gesagt. Weil dann höre ich, wenn die Polizei anscheinend kommt. Oder wenn allgemein irgendjemand in meine Richtung, in Richtung meines, äh... In meiner Wohnung kommt. My God, da waren wir jetzt auch schon voll oft auf der Seite und haben nie irgendwas gefunden. Ich werde jetzt auch nicht viel rumklicken auf der Page. Sondern wir gucken uns einfach nur an, ob's hier irgendwas gibt. Ja, und wir haben mal den Quellcode wieder. Wie gesagt, es gab halt immer noch... Es gab wieder Kommentare von Leuten, die gesagt haben, ich soll mir die Quellcodes mal wirklich durchlesen. Und durchschauen, weil da kann hin und wieder mal ein Code versteckt sein. Deswegen schaue ich, aber... Also so auf den ersten Blick sehe ich hier gar nichts. Wir können einmal auf Top... Auf hier auf Shop... Auf Special... Ne, auf Contact. Lass mal auf Contact gucken. Das war im ersten... Ich versuche mich so ein bisschen an den ersten Teil zu orientieren. Aber da gab es oft an bestimmten Stellen... Hier, Kontakt gab es damals zumindest. So war es im ersten Teil. Bei so Kontaktseiten hast du öfter mal einen Code gefunden. Die Quellcode ist derselbe. Oh, okay, wir können eins bestellen. Oh mein Gott, geil. Das haben wir noch nie bestellen können. Zack. Shipping. Okay, es wird gerade geliefert. Das behalten wir mal kurz offen, dass wir sehen. Geil, Alter. Nochmal ein VPN. Dann sollten wir noch schneller Geld bekommen, theoretisch, oder nicht? Milk Supply. Ekelhaft. Das ist... Mh... Lecker. Mh... Breast Milk. Mh... 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 Ach, und das sind die Mädels. Das sind die Mädels, von denen du die Milch kaufen kannst. Alles klar. Das ist sehr abhörtig. Zum Glück ist das nur ein Spiel. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas in Wirklichkeit auch gibt. Sehr, sehr sicher. Auch wenn ich sowas noch nicht gefunden habe. Ich habe mal eine Website im Darknet gefunden. Von Mädels, die Milch für dich gurgeln. Und diese gegurgelte Milch kannst du dann kaufen. Das findet ihr irgendwo auf meinem Kanal. Ich weiß nicht mehr genau wo. Aber es ist geil. Ich habe auf jeden Fall so ein Video mal gemacht. Über so eine Seite. Ja, das sind einfach Bilder von Frauen, die Milch trinken. Oder von Männern, die in Milch schwimmen. Echt schade. Hier gibt es nichts. Das ist wirklich schade. Ab wann kann man das abholen? Weil da steht Shipping. Also es wird noch geliefert, oder was? Wir können mal rausgehen. Ich weiß halt nicht, was da kommt. Warte mal. Lass mal kurz warten. Was nach dem Shipping kommt. Ach komm, wir gehen einfach runter. Was soll's? Taschenlampe, by the way, mitnehmen. Steht da jetzt dran? Shipping. Shipped. Liegt das jetzt draußen, oder was? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das liegt da jetzt nicht einfach. Aber wir müssen ja runter. Wir müssen den holen. Ey, übel geil. Einfach einen zweiten VPN. Also so weit waren wir das letzte Mal nicht. Ich weiß gar nicht. Diesmal haben wir irgendwie schneller Geld bekommen. Oh, verdammt. Ich habe mein... Ich habe den PC... Ich habe das Internet nicht ausgemacht. Oh, ich hoffe, wir kriegen kein Virus oder so. Das wäre richtig bitter. Wenn wir jetzt in der Zeit, wo wir nicht da sind, ein Virus oder so bekommen. Ach, kacke. Ich habe jetzt... Oh, Mist. Da habe ich nicht dran gedacht. Egal. Ich beeile mich. Wir holen ganz schnell unser Paket. Ich hoffe, dass ich nicht während da Shipping stand, hätte rausgehen müssen. Und das Paket jetzt einfach weg ist. Aber ich glaube nicht, oder? Bei dem Spielträuch kann ich mir alles vorstellen. Es ist nichts da. Doch. Ey, geil. Dann schnell weg hier. Ey. Übel cool. Ich erinnere mich auch noch an den Tipp, den ich in den Kommentaren gelesen habe. Ich soll mich nicht zu lange draußen aufhalten. Und auch in den Gängen und so. Denn da gibt es immer die prozentuale Chance, dass ich geschnappt werde von dem Killer. Der nämlich hier auftauchen kann. Hier kann er nämlich überall spawnen. Ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist, dass er da ist und dass er kommen kann. Aber umso weiter du im Spiel bist und umso öfter du halt rausgehst, umso höher ist die Chance. So habe ich das verstanden. Aber das ist schon mal ziemlich nice. Können wir direkt holen. Und irgendwo installieren. Aber ich mache ganz kurz Internet aus. Ich hoffe, wir wurden in der Zeit nicht gehackt. Warum und her damit? Sehr geil. Okay, wo stehen wir? Stellen wir den einfach hier. Okay, hier geht es nirgendwo. Muss der vielleicht in eine andere Etage. Hier geht es nirgendwo. Das ist halt richtig nice. Also jetzt können wir ja eigentlich doppelt Cash machen, nicht wahr? Er muss das... Ah, aber es ist gelb. Gelb ist kacke. Gelb will ich nicht. Ach, grün. Very nice. Let's go. Okay, sehr schön. Let's go. Tür. Mach die Tür zu. Okay, abschließen. Okay. Alter, jetzt geht es Cash rein. Woo, das ist nice. Guck mal, richtig gut. Okay, wir machen Fortschritte, Leute. Das ist jetzt motivierend. Dann kaufen wir jetzt nächstes den Motion Detector, hätte ich gesagt, oder? Irgendwie sowas. Oder noch ein VPN? Ach, guck mal, das geht jetzt richtig hoch. Das geht richtig gut hoch, man. Wir könnten theoretisch gleich wieder einkaufen. Ich weiß aber, da weiß ich jetzt nicht so genau, was so strategisch am besten ist, was man sich da nachholt. Aber vielleicht den Motion Sensor? Äh, Keepsake. Auf der Seite haben wir, glaube ich, letztes Mal direkt einen Hack reinbekommen. Und konnten danach... Es ist wieder so. Wie beim letzten Mal. Und beim letzten Mal konnten wir dann auch nicht mehr auf die Seite. Aber ich hoffe, die ist danach nicht down. Einer hat auch in die Kommentare geschrieben. Das, wenn ich zu viel auf einer Webseite rumklicke... Okay, die geht noch. Dass dann manchmal auch die Hacks aktiviert werden. Wenn man zu oft klickt und zu viel klickt. Ey, es kann doch nicht sein, dass es hier nichts gibt. Ey, ich mach doch safe irgendwas falsch. Ey, wir haben wieder 25. Das ist halt übel stark, man. Warte mal, ich hätte gesagt, wir kaufen danach. Emotion Sensor Stripped. Das ist halt nice. Also diesen Motion Alert. Vielleicht sollten wir uns das danach kaufen. Was gibt es in dem Shadow Market? Motion Sensor. Ja, das ist eigentlich fast das Gleiche. Oh. Ich weiß nicht genau, was da der Unterschied ist. Das eine ist halt irgendwie rituell. Das andere wird halt bestellt. Ich weiß es nicht. All right. Gut. Ich brauche jetzt theoretisch gerade nicht mehr dieses ganze Hack Money, weil guck mal. Das läuft so schon richtig gut. Nur kurz schauen. Okay, ist alles in Ordnung. Nice, 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 nice. Okay, so funktioniert es schon mal ganz gut. Äh, wir waren hier gerade drauf. GameCat. Also bei 45 kaufen wir das. Und jetzt halt die Frage. Ich weiß nicht, was besser ist. Äh, warte mal. Again Audio Alert. Anytime Emotion Sensor ist tripped. Und hier Motion Sensor. Motion Alert. Aha. Wir müssen zuerst den Sensor kaufen. Ja. Ähm. Oder einen dritten VPN. Ich weiß nicht, ob ein dritter VPN sinnvoll ist. Sollen wir einen dritten VPN kaufen, um noch schneller Geld zu bekommen? Ja, komm. Komm. Ich habe neun bestellt. Ich bestelle neun. Ich bestelle noch einen VPN. Dann haben wir drei Stück. Und dann holen wir uns den Motion Sensor. Und dann stellen wir den Sensor auf. Und dann müssen wir uns den Motion Alert kaufen. Nochmal für 45. Und dann bekommen wir immer so. Dann soll da irgendwie immer ein Geräusch sein. Sobald, ähm. 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 Irgendeine Bewegung bei uns in der Nähe ist. Das ist gut. Okay. Dann jetzt noch ein VPN. Es wird gerade geschippt. Pick another cookie. Jetzt kommt gleich dieses komische GIF. Oder nicht? Ist es nicht das? Ne. Es ist ja nicht diese Seite, wo ich dachte. Pick another cookie. Nee. Okay. Hä? Jetzt schwören können. Ich habe gehört, dass jemand geredet hat. Was? Zum Teufel bin ich jetzt lost. Hä? Habe ich mir das gerade noch eingebildet? Es hat sich angehört, dass hat jemand geredet. Äh. Wie weit ist die Bestellung? Die ist auf dem Weg. Okay. Kann man sie gleich holen. Das ist halt jetzt wieder gefährlich, ne? Wenn wir jetzt runter gehen. Ah. Das habe ich nicht bedacht. Das ist richtig gefährlich. Das ist wirklich richtig gefährlich. Weil das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir was bestellen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass uns was zustoßen könnte, ist ja jetzt safe viel, viel höher. Oder? Boah, das ist halt... Boah, das ist risky, was wir jetzt machen. Aber egal, wir ziehen das durch. Wir machen das. Wir machen das. Das ist risky, aber wir probieren das aus. Äh. Flame. Müssen auch gleich runter. Das ist richtig riskant. Boah, ich hoffe, der ist nicht da, man. Aber... Wir haben... Wir haben es zumindest raus. Das ist the way, wie wir jetzt richtig, richtig gut und schnell Geld machen. Okay, ich mache das Internet aus. Ähm... Bis wir erst wieder... Also bis wir... Zurück sind. Und stelle den Router... Schon mal auf den Nachttisch. Alright. Gut. Dann geht's raus. Ja, das ist halt jetzt immer ein Risiko. Das ist jetzt jedes Mal ein Risiko, wenn wir rausgehen. Weil er halt da sein könnte. Ich habe ihn noch nie gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, wie man dann agieren kann. Also ob du wegrennen kannst oder... Was passiert, wenn der Breather da ist. Aber das kriegen wir hin. Er wird nicht da sein. Er wird einfach nicht da sein. Ganz einfach. Der Breather wird nicht da sein. Wir holen jetzt unseren dritten VPN. Und dann machen wir richtig Mad Cash. Und dann schauen wir mal weiter, wie es... Wie wir... Wie wir weiter vorgehen. Ich finde auch diesen Apartmentkomplex richtig spooky. So, hier ist einfach nichts los. Ist das mein Paket? Ja. Scheint alles okay zu sein. Ich habe jetzt versucht zu lauschen. Ich habe nichts gehört. Kein Atmen und gar nichts. Also lasst uns ganz schnell nach Hause. Also es hieß, wenn ich Atmen höre, dann muss ich aufpassen. Aber bis jetzt höre ich kein Atmen. Also sollten wir vielleicht erst mal safe sein. Wir haben zwar noch keinen Code, aber das macht nichts. Wir machen gerade richtig viel Geld. Um uns die ganzen geilen Sachen zu kaufen. Und das ist schon mal Gold wert. Okay, okay. Aber ihr merkt, man wird von Run zu Run besser. Und so soll es halt auch sein. Es ist ja klar, dass du es nicht am ersten Mal hinbekommst. Aber man wird ja von Mal zu Mal schlauer. So, okay. Jetzt gucken, ob wir hier irgendwo... Gelb, ne, gelb wollen wir nicht. Rot geht anyways nicht. Gelb ist dumm. Muss ich dafür jetzt echt in eine andere Etage? Ja, sieht so aus. Okay, Zeit ist gelb. Wir müssen losrennen. Wir müssen das runterbringen. Wahrscheinlich in die andere Etage. Ich meine, gelb könnten wir auch machen. Aber da kriegen wir halt nicht so viel. Und wenn, dann wollen wir schon richtig durchziehen. Nicht wahr? Hä? Konnte man nicht immer in eine andere Etage? Dann muss ich in die Etage 6. Ja, Etage 6. Gelb. Gelb. Grün. Nice. Alright. Schnell zurück. Drei VPNs. Alle drei grün. Jetzt geht die Party ab. Jetzt müssen wir aber anfangen, Webseiten zu suchen. Jetzt müssen wir echt Webseiten suchen. Weil sonst... ...rennt uns die Zeit davon. Und die Gefahren... ...kommen immer näher. Also, ganz schnell in unser Apartment. Alright. Wir sind daheim. Alles cool. Zack. Let's go. Boah, wir haben schon 38. In der kurzen Zeit. Oh, ist das geil. Doddy. Und Anne. Let's go. Awesome. Okay, das ist richtig gut. Boah, Leute. Das ist richtig gut. Okay. Flame waren wir. Evil Collection. Wir haben 40. Wir können also bald... Ah, da müssen wir halt wieder runter, ne? Motion Sensor. Das müssen wir uns als nächstes holen. Home, Images, Links, Chat. Hier ist halt auch wieder so ein... Code. Was hab ich gehört? Ja, aber da ist kein... ...da ist kein Code drin. Okay, Images. Creepy, random... Komm, creepy. Ist das eine gute Seite? Creepy, okay. Creepy Bilder. Oh. Okay, ich glaub, das sind Bilder, die zensiert werden müssen, leider. Ja, das sind Bilder, die zensiert werden müssen. I'm sorry, Leute. Ich weiß nicht, warum das Spiel das nicht zensiert hat, aber das muss hier leider alles... Die Fotos müssen leider zensiert werden. I'm sorry. Na super, musste das sein. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet jetzt, wo ich eine Seite gefunden habe, die ich noch nicht kenne. Und gerade dabei bin, alles rauszufinden. Ausgerechnet jetzt. Ich will zurück zu dieser Webseite. Ich will die fertig schauen. Ja, also auf den Bildern hast du halt, ja, leblose Menschen und so'n Stuff gesehen. Und das sah irgendwie ziemlich echt aus. Oh, side it down. Hoffentlich nicht. Hoffentlich geht die Seite noch. Äh, ja, sah ziemlich echt aus. Also ich glaub, das sind tatsächlich echte Bilder, die man da eingefügt hat. Und das kann ich hier leider nicht zeigen. Okay, geil. Geht noch. Random. Wir haben 54. Es läuft richtig gut, Mann. So viel hatten wir einfach noch nie. Äh, hä? Ich hab noch nicht so ganz raus, als es mit diesen Bildern auf sich hat. Also warum die da sind. Ob man hier irgendetwas machen kann. Es gibt auch einen Chat und es gibt noch Links. Oh mein Gott, das ist so viel. Gehen wir zuerst... Jetzt klicken wir noch hier auf den Ordner. Okay, das sind Bilder, die jemand gespeichert hat. Okay, der Ordner ist leer. Dann gehen wir noch auf Chat. Das sind anscheinend Bilder, die jemand gespeichert hat aus dem Darknet und die dann hier quasi postet. Alright. Na super. Mhm. Alright. Fast. Alles klar, können wir noch weitermachen auf der Webseite. No Spam. Okay, das ist eine... Das ist eine Chatseite. Und da gab es noch Links. Wir haben 61 Cash. Okay, wir bestellen jetzt erstmal... ...den Motion Sensor. Kaufen. Da müssen wir jetzt wieder runter. Oh, einen Police Scanner gibt es auch noch. Okay. Es gibt ja richtig, richtig viel. Handbook, Babytime, more to come. Was, wenn ich da drauf drücke? Ich habe keinen Code dafür. Handbook, sign up. Kann ich dafür registrieren? Das ist für real? Nee, das geht nicht. Ich habe ja keine Wallet-ID und so. Reicht eine Wallet? Nee, ich habe keine Wallet. Okay, dann zurück. Wir müssen zurück auf die Webseite. Schneller! Es gab noch eine andere Seite, wo ich drauf will. Und nochmal zurück. Beeilung. Ist die Lage? Keiner da. Wir müssen auch gleich wieder WLAN ändern. Okay, links. Ah, wir sind schon da. Babytime. Hört sich. Okay, ich habe legit was gehört. Baby, 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 Baby. Okay. Ich habe legit was gehört. Oh, Shit, wir haben ja auch es bestellt. Wir müssen es auch gleich... Yo, ich bin nur am Bestellen. Shipped. Oh, es ist schon da. Okay, wir müssen wieder raus Also das ist Sehr hohes Risiko, was wir hier eingehen Aber High Risk High Reward, sage ich immer so schön Wir bekommen ja coole Sachen Und das brauchen wir Weil das ist so ein Detektor Und wenn dann irgendjemand in die Nähe kommt Dann wissen wir das ganz genau Das heißt, das ist übel gut Das saved uns halt auch schon mal Das heißt, wenn die Polizei kommt Wenn irgendein Killer kommt Was auch immer, wir werden benachrichtigt Jetzt brauchen wir noch 45 Coins Damit wir Auch noch diesen Sound kaufen können Dass es dann immer so piept Weil ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Motion Sensor ist Wenn wir den einfach nur aufstellen Und wir dann auch eine Benachrichtigung bekommen Oder wie das überhaupt abläuft Das werden wir sehen So, jetzt kurz leise, wir müssen lauschen Ne, ist alles ok Ich höre kein Atmen Ja, wie ist denn das dann? Wartet der dann quasi an deinem Paket? Also der versteckt, versteckt er sich irgendwie? Und wartet, bis du zu deinem Paket gehst Und schnapp dich dann? Oder? Das würde ich, äh, das würde mich interessieren Schreibt es mal bitte in die Kommentare Wie der sich verhält, dieser Breather Also ob man vor ihm überhaupt noch abhauen kann Was man machen kann, wenn er da ist Also ich habe gehört Äh, beziehungsweise gelesen Ich kann dann quasi in diese Da ist rechts dieser Raum Da kann man rein Und die Tür zuhalten Aber Was mache ich, wenn ich es gar nicht Zu dem Raum schaffe Und er schon da ist Also gibt es da überhaupt Eine Möglichkeit zu entkommen Oder geht das gar nicht? Okay Aber ihr merkt selber Ich werde besser in dem Game Man Checkt halt langsam so die Mechanics Und weiß, wie das Spiel funktioniert Oh mein Gott Ich wurde gehackt in der Zeit Wo ich nicht da war Beeil dich Juhu Junge Alter Da bin ich kurz weg Werd gehackt Und hab es einfach kurz geschafft Okay Wir müssen jetzt das Teil aufstellen Ey, wo ist das? Wo ist der Motion Sensor? Hä? Oder ist er einfach da? Ah, ist er Ah Das ist der, oder? Kann ich den noch draußen aufstellen? Achso Okay, warte mal Ah, I see Okay Also ich Okay, der geht nur da Alles klar Ja, aber Der geht ja dann Also Dann ist es ja schon fast zu spät, oder nicht? Der ist ja direkt dann Naja, gut, egal Äh, wir können uns auch direkt das nächste kaufen Emotion Alert Get an Audio Alert Anytime Emotion Sensor ist stripped Let's go Okay, machen wir weiter Äh Evidence Locker Okay, was haben wir jetzt alles gekauft? Wir haben jetzt den Motion Alert gekauft Emotion Sensor Hearing strange noise Around you Äh, then you might want to purchase yourself One of these Simply place them around your location And be notified when it is stripped Also wir werden dann schon informiert Wenn irgendwas sein sollte Alles klar Und das hier Get an Audio Alert Anytime Emotion Sensor ist stripped Ah Weil jetzt Macht es wahrscheinlich keine Geräusche Sondern wir sehen es nur Wenn wir hinschauen Dann blinkt es wahrscheinlich oder so Wenn irgendwo jemand ist Okay, ich verstehe Ich verstehe Und jetzt sollten wir ein Geräusch hören Jetzt sollte es irgendein Ein Audio Alert machen Ja, also wir werden auf jeden Fall irgendwie benachrichtigt Ja gut, das muss leider auch zensiert werden I'm sorry I'm sorry I'm sorry Aber ich mache es hier schnell Und wir suchen einfach Nur schnell, ob es hier einen Code gibt Und dann verlassen wir die Seite wieder Ja, ist ein bisschen doof Dass es halt so viele Seiten hier gerade gibt Heute in der Episode Wo halt Stuff gezeigt wird Was halt einfach Leider nicht mehr YouTube-konform ist Es ist halt einfach leider so Weil eine Zeit lang Konnte man ja gefühlt alles zeigen Von diesem Spiel Da konntest du es auch Oh, ich habe einen Code gefunden Ha Nice Wir haben einen Code gefunden Very nice Ja, es ist ein bisschen doof Weil YouTube ist sehr, sehr streng geworden Das wisst ihr aber auch alle Und selbst bei solchen Spielen Muss man aufpassen Was man zeigt Weil Es ist ja Ich weiß, es ist ein Spiel Aber die sehen das trotzdem nicht so gern Und Bevor wir da wieder unnötig in Trouble kommen Dann zensiert man das einfach Es ist halt einfach leider so I'm sorry Aber man hat da nicht viel gesehen Außer Halt irgendwie so ein paar Ja Blutige Menschen und so Ah Warum hat der Motion Sensor nicht gemacht? Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Dreizehn Vierzehn Fünfzehn Sechzehn Siebzehn Achtzehn Neunzehn Sonstig Warum war der überhaupt da? Ah Oh mein Gott Oh Ach man Ach man Junge For real Es lief doch so gut Hä? Bruh Ich hatte doch so einen Motion Sensor Hä? Ich hatte so einen Motion Alert Motion Sensor Warum habe ich nichts gehört? Das war unsere beste Runde bis jetzt Ach man Hä? Ich verstehe es gar nicht Was war denn das Problem? Also Hä? Also ich habe nichts gehört Hätten wir öfter WLAN wechseln müssen Aber wir haben es doch eigentlich schon ein paar Mal gechanged gehabt Ich muss mir in Ruhe nochmal die Reihenfolge durchschauen Was man braucht Oder was man wann bestellen sollte Äh Und was am wichtigsten ist Also ich würde sagen Diese VPNs sind auf jeden Fall mega wichtig am Anfang Die ist safe Hätte ich gesagt Also die VPNs safe Mh Und dann halt die Frage wie es weiter geht Aber guck mal das Ding ist Ich war am PC Aber ich gucke links rüber Und dann ist da Halt einer von diesen Kultisten da Von den Noirs oder wie die heißen Ich drehe mich weg 20 Sekunden gucke ich auf die Wand Will weg Und auf einmal kommt die Polizei durch die Tür Ey man Das lief übel gut Also die Runde hat gerade richtig Spaß gemacht Muss ich euch ehrlich sagen Ey wir werden safe noch eine machen Also ist egal Jetzt Wir werden jetzt die Episode beenden für heute Äh wie lange nehme ich auf Ja gut Ist vielleicht heute ein bisschen kürzer Aber es lohnt sich jetzt auch nicht direkt neu anzufangen Ähm Das machen wir dann in der nächsten Episode Ich hoffe ihr habt Bock Also wenn ihr wirklich keinen Bock drauf habt Und sagt Dennis Alter Du läufst nur im Kreis Äh du kriegst es eh nicht hin Dann schreibt es gerne in die Kommentare Aber Ich will dem Ganzen nochmal eine Chance geben Weil jetzt lief es übel gut Wir wissen wie wir ganz schnell Geld bekommen Vor allem viel Geld bekommen Jetzt ist nur noch wichtig Die Reihenfolge Und vielleicht auch die ganzen Systeme zu verstehen Weil ich habe jetzt nicht ganz verstanden Warum das Ding uns nicht alarmiert hat Hätte ich vielleicht an dem Ding was drücken müssen oder so I don't know Also schreibt es bitte sehr gerne in die Kommentare Warte mal Ja schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare Aber kann es sein Dass ich das hätte woanders aufstellen müssen Vielleicht habe ich es falsch aufgestellt Und deswegen war es gar nicht aktiv Ich weiß es nicht Das war es auf jeden Fall mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Und ich hoffe ich konnte euch unterhalten Ich persönlich fand es eigentlich ganz cool Weil diese Episode mal richtig gut lief So wir haben einen Code gefunden Wir haben übelst viel Geld gehabt Also wirklich richtig viel Geld Problemlos viel Geld Ja also ich denke wir kriegen das nächste Runde noch besser hin Wie gesagt Schreibt es in die Kommentare Wenn ihr Bock auf eine weitere Episode habt Und wenn ja Dann sehen wir uns nächsten Montag Mit einer weiteren Episode von Welcome to the Game 2 Aka der Darknet Simulator In dem Sinne Vielen Dank fürs Zuschauen Bleibt gesund Ich liebe euch über alles Wir sehen uns beim nächsten Mal Macht's gut Ciao ciao Zudem möchte ich mich an dieser Stelle Bei meinen Patreon Mitgliedern bedanken Besonders der Stufe 2 und 3 Und zwar wären das Alina Eisentraut Bibi Spooky Gamer Girl Black Lolita Black Shiva Cyber Psycho XX FJ Mountain Franco Noemi Jeff Fuchs Julian Hausmann Katharina Bogdanowski Kinga1613 Löwe 2002 Maria Maria Pantu Maria Pantoo Maria Pantoo Maria Pantoo Marie21 Michael F Nadja Fettgenheuer Niklas Möller Patrick & Jenny 2017 Pyrojan95 RexyTV Saskia Pfeiffer Snicker Sonnet Umi Chakir Sophie Steffi Steven Leed Tombi27 Jakobi Totibotti Verena Alvaro X Charvi Yasuo Chan Yvonne Alyssa Anastasia Angelina R Anna Rose ASMR Ruby Azel Bad Rabbit Beatrice König Bloodswand Breed Brodies Rainbow Celine W Claudia Stetter Daniel Da Passi Deluxe Dustin91 Ehrenblü Ella Enga Fabienne Janitzer Wursing Florian Wilding FluffyXO Franziska D FreshCallboy Gabba102 GameStar Giuseppe Corrado GoHard IceBlue Isschok Isabel Wernicke JenJen Jennifer Kark Jenny Steffel Joel Schnell Jules F.Mew Juna Daluna Justin Richter Kai Kilian Kim S. Kimbo Lara W. Lea Liam Pascal Falkenberger Live gespielt Lukas Boczkowski Madia Ahmed Mandy172 Markus Pürasch Mario Meier Markus Burkhardt Markus Hübner Martina Matthias H.M. Max Michael Michelle Locker Malz Diaboli666 Mira Jane Mr. Passo Nancy Koch Nathalie Nico Hund Nikolas Großer Nicole Seger Nini Noah Jones Leitenbauer Rainbow Panda Zagaria 3 Sangis Angelus Sarah Sarah S. Sina Beck Steffi Strubbelhaar Susi Nowakowicz Sven Schulz Tina Karaman Ventshu Xenia Yolandi Neko Kati Zeffi Rau Und Zero Hour An dieser Stelle Vielen vielen Dank Für euren Support Wow Das waren viele Namen Das war's Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal